Heute gibt es Tipps zum Seminararbeit schreiben und wie du Einleitung, Aufbau und Co. richtig machst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und dazu gehört natürlich auch die Seminararbeit, die manche für euch in glaube ich schon einigen Wochen abgeben müssen. Und da möchte ich euch natürlich auch optimal dabei unterstützen, weil die Seminararbeit ja doch auch eine Sache ist, die nicht übelst krass, wie es vielleicht eine Abiturprüfung gewertet wird, aber doch schon mit glaube ich einer doppelten Einbringung ja stark, stark zählt. Und da ist es wirklich wichtig, dass ihr auch da eine gute Note habt. Und deswegen gibt es heute von mir drei Tipps, bloß noch einen Bonustipp, wie ihr da wirklich bestmöglich performt. Erstens, mach aus dem Thema dein eigenes Ding. Als ich meine Seminararbeit geschrieben habe, habe ich meinem Lehrer am Anfang dann, wir durften uns ja ein Thema aussuchen, dann mein Thema genannt und er meinte so, ja, okay, cool, können wir so machen. Also er hat mir das Thema auch vorgeschlagen, ich hatte eins davon genommen, deswegen das hat schon mal gepasst. Dann kam die allererste Besprechung mit ihm, wo ich so gemeint habe, wo er so meinte, ja und, wie weit bist du, was ist so deine Vorstellung jetzt? Da sollten wir quasi mal so unser Konzept erklären, was wir genau schreiben wollen. Habe ich ihm das erklärt und er so, sicher? Und ich so, ja, sicher, ich will es unbedingt machen. Und er hat sich halt was ganz anderes unter dem Thema vorgestellt. Und er so, ich weiß ja nicht. Ich so, doch, ich will es unbedingt machen und so weiter. Er so, na gut, dann mach es, aber ich glaube wohl nicht, dass es was wird. Das hat er mir in der allerersten Besprechung gesagt. Und dann zweite Besprechung, dritte Besprechung, vierte Besprechung, immer so über Monate hinweg, er immer wieder, und du glaubst, dass noch was wird? Ich so, ja, das ist mir übelst geil. Und er so, sicher? Ich so, ja, wirklich, ich war voll überzeugt davon. Und er so, naja. Und hat dann immer gesagt, mein Nummer eins, mach, aber hat immer nie daran geglaubt. Und dann bei der allerletzten Besprechung, das war vielleicht eine Woche vorher, bevor man abgeben musste, war es okay. Ja, ja, kann ich mir jetzt echt was darunter vorstellen. So, schauen wir mal, was du in der letzten Woche noch machst, weil ich hab die auch sehr spät erst fertig geschrieben. Und dann, als ich sie abgegeben hab, und er dann auf mich zugekommen ist und mir meine Note mitgeteilt hat, meinte er, Leo, Respekt, echt richtig geil. Ich hab schlussendlich 27 von 30 Punkten bekommen, was einer Eins entspricht. Genau. Und das ist vor allem deswegen passiert, weil ich aus dem Thema mein eigenes Ding gemacht hab. Das bedeutet, ich hab zwar das Thema vom Lehrer genommen, oder das, was auch ausgemacht war, aber hab das dann einfach so bearbeitet, wie ich Lust darauf hatte. Und das ist so entscheidend, weil deine Motivation wird dadurch so viel höher sein. Und das ist manchmal einfach, ihr kennt es ja gerade selbst, wie schwer das ist, sich manchmal in den Schreibschätzen an dieser scheiß Seminarbeit weiterzuschreiben. Aber, wenn es eine Sache ist, auf die du wirklich Bock hast, nur das Gefühl, das ist irgendwie so dein Ding, dann hast du da einfach viel mehr Bock drauf. Und gleichzeitig ist auch der Eigenanteil viel, viel größer in der Arbeit. Weil, was ist, wenn du 15 Seiten schreibst, und 13 davon sind eigentlich nur Zitate aus irgendwelchen anderen Quellen, dann denkst du dir, Lehrer, ja, toll, dann hätte ich mir auch eine Buchzusammenfassung von den 2, 3 Büchern durchlesen können. Und wenn ihr aber merkt, ey, der hat da voll viel eigene Energie reingeschickt, selbst mitgedacht, ist das immer übelst cool. Und an dritter Stelle ist es auch so, dass die Lehrer ja manchmal selbst nicht wissen, was sie wollen. Das heißt, sagen so, mach doch mal bitte was zu dem Thema. Sagst du, ja gut, okay. Und dann sagst du, okay, was soll ich machen? Lass dir was einfallen. Weiß ich nicht genau. Finden sie desto besser. Kannst du entscheiden. Deswegen mach dein eigenes Ding. Weil je mehr dein eigenes Ding macht, desto besser wirst. Und dann kannst du den Lehrer schlussendlich hoffentlich auch positiv überraschen. Zweitens, haltet euch unbedingt an die Formalien. Was meine ich mit den Formalien? Das ist eben sowas wie, welche Schriftgrößen sollen sein? Wie zitiere ich richtig? Wie mache ich die Fußzeilen? Und was weiß ich, was es alles für ein organisatorisches Zeug in dieser Arbeit gibt. Da würde ich einfach von vornherein mich direkt an den Formalien orientieren, die euch im Idealfall eurer Lehre ausgeteilt. Das heißt, bei uns war es nicht so, aber bei anderen Lehrern war es so, dass die Schüler einfach einen Zettel bekommen haben, wo es hieß, okay, ich will die Schriftgröße, dann und dann kursiv, so machen wir Zitate und so weiter. Und dann halte ich da einfach stur dran, auch wenn du vielleicht jemand bist, wie ich es auch immer war, der in der Schule gerne mal ein bisschen noch Sachen selbst machen wollte und sein eigenes Stil reinbringen will. Bei den Formalien würde ich mich wirklich einfach stumpf an die Vorgaben vom Lehrer halten, weil so vermehle ich es einfach, dass du dumme Punktabzüge bekommst. Das ist so ärgerlich, wenn du eigentlich eine richtig geile Arbeit hast, aber man steht da, ja, das ist falsch zitiert, das ist jetzt leider ein Plagiat oder was weiß ich alles für eine Kacke. Okay, deswegen orientiert euch da safe, wenn euer Lehrer euch sowas nicht ausgeteilt hat, fragt ihn darum. Manche sagen dann zumindest vor allem vielleicht bei Themen, wo du echt Probleme hast, okay, wie mache ich jetzt ein Zitat oder wie soll ich die Fußzeilen machen. Und du dich gut mit dem Lehrer verstehst, deswegen ist auch immer eine Bindung zum Lehrer sehr, 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 sehr wichtig. Kann er dir vielleicht in den speziellen Sachen noch helfen oder teilt dir eben so ein ähnliches Platt als Zusammenfassung aus. Und wenn du den Lehrer hast, wie es bei mir war, dass er dir nicht mal ganz gibt, der hilft dir gar nicht weiter. Sag einfach nur, ja, ja, mach mal, ja, ja, mach mal. Welche, äh, ich will es den Namen nicht nennen, aber wie sollen wir, ähm, keine Ahnung, die Gliederung machen. Mach das, wie ihr meint. Und du fühlst dich komplett aufgeworfen und dann, I feel you, I feel you. Und ich würde dir da einfach empfehlen, mach dich nicht verrückt, versuch auch nicht, da irgendwie jetzt das Perfekte rauszufinden, sondern was ich gemacht habe, google einfach nach, ähm, den Normen, wie es beispielsweise eine Uni macht. Du kannst beispielsweise irgendwie eingeben, ähm, Zitate Uni oder so. Und dann kommst du meistens von irgendeiner Uni an, ja, die Vorschriften für die Studenten von der Uni, wenn die beispielsweise ihre Bachelorarbeit schreiben. Und dann würde ich einfach die übernehmen, kombiniert mit dem, was für dich selbst Sinn macht. Weil manchmal ist für das Studium alles ein bisschen zu, zu hoch gestochen. Kombiniere das einfach mit dem, wie es für dich Sinn macht und dann bist du schon auf der richtigen Seite, ja. Ja, wie gesagt, wenn der Lehrer nicht konkrete Vorgaben macht, dann soll es einfach nur passen. Und du solltest in der Lage sein, wenn du die Vorlage von der Uni hast, plus dein eigener Menschenverstand, da was Sinnvolles daraus zu kreieren. Drittens, quält euch nicht selbst. Weil, klar, ich weiß, man soll, speziell die Seminararbeit ist, glaube ich, so die klassische Sache, die man immer und immer und immer und immer weiter rausschiebt. Und ich kann euch sagen, früher anfangen ist natürlich immer cool, ja, aber ich habe mir jetzt nicht hinstellt und gesagt, fangt acht Monate vorher an. Nein, du kannst es rausschieben. Ich habe beispielsweise meine Seminararbeit, würde ich sagen, 80 Prozent mindestens, mindestens 80 Prozent davon, habe ich auch auf die letzten vier Tage geschrieben und ich habe trotzdem noch die Eins bekommen. Aber, wenn du das auf die Art und Weise machst, dann wird es einfach keinen Bock machen. Klar, du kannst ganz so sagen, ja, ja, ich kann auch chillen, ich kann auch chillen, ich kann auch chillen. Und dann sind dann die letzten vier, drei, zwei Tage, manche, bei manchen ja wirklich, echt unangenehm. Es macht einfach keinen Spaß. Du hockst da und, ba, 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 fuck, ich will aber pennen, ich will was anderes machen, da, ich muss aber, und dann wird es einfach nur kacke. Ich meine, ich konnte trotzdem sehr fokussiert arbeiten, deswegen wurde es auch eine sehr gute Seminararbeit. Aber trotzdem, bleib, tu dir einfach selbst hingefallen. Es geht nicht darum, dass es richtiger wäre, früher anzufangen, sondern rückblickend kann so eine Seminararbeit echt was Cooles sein. Du hast einfach die Möglichkeit, selbst, wenn du vor allem auch Tipp 1 machtest, wo du dein eigenes Ding draus machst, einfach dein eigenes Werk zu kreieren. Und diese Freude daran geht halt komplett verloren, wenn du es so kurz vor knapp machst. Deswegen, sei dann proaktiv, mach einfach immer jedes Wochenende ein Stück, mach dir einen Plan, wie du da hinkommen willst. Und dann wird es auch cool sein, dann ist es auch motivationstechnisch nicht so schwierig, sondern du weißt, okay, ich schreibe einfach jeden Samstagvormittag beispielsweise 2-3 Stunden an meiner Seminararbeit weiter. Da habe ich immer Bock drauf, da kommen mir über die Woche immer neue Ideen, die ich noch einbringen kann. Und dann kann es echt eine coole Sache sein. Und als abschließender Bonustipp noch, stimmt euch unbedingt so viel wie möglich mit dem Lehrer ab. Weil ja, du sollst dein eigenes Ding draus machen und du sollst dadurch auch mehr Spaß haben, mehr Motivation und auch einen hohen Eigenanteil haben. Aber am Ende ist natürlich immer noch der Lehrer derjenige, der dich bewertet. Und klar, die Seminararbeit ist cool, wenn man da Lust drauf hat und das irgendwie auch Freude macht, da eigene Dinge zu entwerfen. Aber am Ende geht es uns ja wahrscheinlich doch vor allem um die Note. Und die liegt nun mal in den Händen des Lehrers. Deswegen, mach dein eigenes Ding draus, aber geh wirklich, wie es ich auch gemacht habe, immer wieder zum Lehrer. Geh Sachen mit ihm durch, sag so und so möchte ich das machen. Und wenn du dann merkst, der Lehrer ist da wirklich nicht überzeugt davon. Ich meine, bei mir war es einfach nur Zweifel, er hat nicht ganz verstanden, worauf ich hinaus wollte und hat er es am Ende gehabt. Aber wenn du wirklich merkst, der Lehrer sagt, nee, oder mach das doch so und so. Wenn du das Gefühl hast, das ist sinnvoll, um den Schluss eigentlich eine bessere Note zu bekommen, würde ich dir auch das empfehlen zu machen. Weil der Lehrer, die Lehrer sind unterschiedlich und ich kenne es ja beispielsweise aus Deutsch aufsetzen. Da ist es einfach wichtig, dass du nah an den Vorstellungen vom Lehrer dran bist, um auch eine gute Note zu bekommen. Und deswegen hol dir auch regelmäßig Feedback ein und das auch wirklich nicht nur dann, keine Ahnung, eine Woche vor der Seminararbeit und sagt, ja, also ich habe jetzt die Hälfte so geschrieben, wie gefällt Ihnen das? Und dann sagt er, das ist scheiße und dann musst du alles neu machen. Sondern wirklich konstant, immer wieder, vielleicht jeden Monat, alle zwei Monate, sagt dem Lehrer auch, hey, ich würde mich gerne öfter mit Ihnen treffen, weil mir es echt wichtig ist, da eine gute Note zu bekommen. Und ich will auch echt eine geile Leistung da bringen. Dann wird er das meistens vollkommen verstehen und dir dabei eben auch unter die Arme greifen. Und wenn du das machst, auch kombiniert mit den vorherigen drei Trips, kannst du echt eine richtig geile Seminararbeit schreiben. Da wünsche ich dir auf jeden Fall aller, allerbeste für. Verzweifel nicht, wir kriegen es alle hinter uns und im Nachhinein ist es gar nicht mal so viel, jetzt 15 Seiten oder so zu schreiben. Das geht eigentlich ziemlich klar. Genau, deswegen keep going. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team, nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream, I can't let none of these looks intervene, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.